Also ich bin heute ein neues Jahr. Es ist in der halben Sündung und wir halten schon ein drittes Jahr von dieser Seite. Vielleicht will ich nicht vielen, weil ich gesagt habe, es geht eben dieselbe Sache. Ich frage das, ich kann nicht zurückkehren, von so einem gerade letzten Jahr, wo es umgeschmissen ist. Das sind gewöhnlich alle Sachen. Ich dachte immer, ich habe gewisse Schatzes, aber ich habe gewisse Schatzes. Ich habe gewisse Neuigkeiten, eine neue Weg finden, eine neue Mahallik, eine neue Ordnung. Für mich, am halben und der dritte Jahr ist es mir gefallen. Es ist ein langweiliger Plan, aber ich habe versucht, zu sehen, wie es ist. Es ist eine Arbeit für mich, es ist eine Arbeit für mich, es ist eine Arbeit für mich. Ich habe versucht, zu lernen, nicht nur, wie ich heute bis jetzt habe, ich setze mich weg, leine die Parche, was liegt mir auf dem Kopf, also wie ich sage, ich schmisse mich ein bisschen. Ich habe versucht, zu nehmen ein bisschen Cipher, ein bisschen Cipher. Ein bisschen Cipher, ein bisschen nicht mehr Cipher. Aber es hat doch gesagt, wir haben versucht, das Leben der Jünger, mit dem man kann lernen, von der Cipher. Es hat sich auch gesagt, es ist eine Art Akademie, es ist ein Leben mit ein teures Geheim, es ist ein Leben mit einem teures Geheim, es ist ein Leben mit einem teuren, mit einem etwas zu tun. Aber es ist eine Erfahrung, es sind eine Mieterin, es sind nicht alle Talmide, es sind nicht so geschmackig, es ist nicht so hoch, es ist so ein bisschen zu reden, es ist alles alleine. Es sind Talmide von der Jüdin, von der Menschen, was haben gelebt, was haben gelernt, was haben getan, was haben gekannt, was haben gekannt, mit dem teuren, was haben gehabt. Ich will nehmen als Cipher, und das Cipher, man lehnt jede Woche. Ich kann nicht viel lernen, innenweinen, ich kann nicht viel zeigen, wie ich lehne. Aber ich kann nicht lernen, innenweinen, ich kann auch nicht gematt lernen. Ich kann nicht nur ein Wort, das ist nicht mehr so klein, aber mehr Paraphrase heißt das. Mit kleinen, ob es so ein Wort ist interessant, ob ich sagen habe, ich habe noch mehr bei einigen, und man kann sich verstehen, und es kann sich ein bisschen tiefer sein, was man verstehen kann. Es ist ein Säger, ein Säger, ein gewaltiges Forum, weil jeder hat sich so ein Säger, was er hat lieb, jeder hat sich so ein Säger, hat sich so ein Mut, oder so ein Deere, was man sich so anziehen, oder was er heißt, verschiedene Sachen. In diesem Jahr, man hat verschiedene Ideen, verschiedene Spuren, die man will lernen. Was ist man jetzt, mit den Unheimen, mit den Unheimen, und das ist ein Säger, mit dem ein ganzes Jahr. Es ist also, man kennt sich ein bisschen zu dem Rekord, das ist eine gewaltige Geschichte, wo ich von Klüli, und es ist sehr wichtig, ich bin nicht mehr so, weil es nicht teuer ist. Es ist eine gewaltige Geschichte, 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 und es ist eine gewaltige Masse, und es ist sicher nicht ungefragt. Das eine ist, es ist ein ekele Mido, ich bin manchmal die letzte Gespür, ich sehe nicht, ich halte nicht, es ist ungefragt, es ist etwas, 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 es ist eine richtige Sache. in der Sitzung, in der oncologischen Geschichteх Es ist ein bisschen zu viel gegeben, es ist ein bisschen zu viel umgekehrt. Also wie eine Mama geht für ein Baby, sie kaut kaut im Essen, sie geht im Essen schon gekehrt. Das ist für ein Baby, ja warte, in gewisser Level sind alle Babys. Und für ein kleines Kind ist das geht, aber wenn man ein bisschen älter wird, hat sich kein Traum zu essen. Pre, pre gekaite essen. Das ist eine Sache mit meinem Morden, das ist eine pre gekaite. Pre, man hat schon auch gekaite, man hat schon rausgenommen, man pinkt, wie man rausnehmen kann, wie man rausnehmen kann. Man hat ja nicht so, wie man so. Also, ich will, das ist echt ein paar Sachen, das ist echt, was schon alles gekaite, weil es ist eine kleine Bausdekenntnis, also wir haben alles, die sich mit einem Schwerchen aus dem Beispiel. Es ist immer so, das ist ein paar Bezsche. Es ist ja einen paar Bezsche, wenn es ein Pfje ist, dass man ein eigener Teure hat und es ist eine eigene Weg, das ist eine eigene Weg, das ist das Kürst pur, so die Leute in die Schule gehen, man hat sich nicht alleine, sondern man hat eine Arbeit, man muss damit nichts, man muss damit hin, man kann das alles entschreiben, man hat ein Osterbeid mit dem in der zweiten Teile, Weil uns eine ähnliche Matze, weil uns auch eine ähnliche Annoche ist, weil uns verstehen Sachen ähnliche in das Leben doch in 2019, bald 2020, ja? Topschein, bye, nachher vorhin. Geinen darf sich die Sachen ähnliche, die wir letztlich rausnehmen. Aber das Problem ist, dass es nicht allein ist, so wie wir es sagen. Es ist ein Mensch, kein Babys, es ist hoffen nicht, dass es kein Babys ist und es ist alles pre-kai. Wir kennen uns allein kein, wir können ein bisschen lernen, wir kennen uns keine Lernen. Wir kennen uns keine Lernen. Wir kennen uns keine Lernen. Wir kennen uns immer ein Gedanke, zusammen mit Chavayrin. Es ist der erste Begriff der Chesidische Seife. Nicht mehr Stamm, nicht mehr sicher. Wir kennen uns nicht von der Chesidische Seife. Es ist die Chesidische Seife. Es ist immer das Gebot. Es ist immer die Seite, oder die ältere Seite. In allen Chesidischen Seifern ist die Seife als Säure, der Säure Akudisch. Aber so ist der Kudisch, ich gebe mir ein kleiner Gedanke, ein kleiner Gedanke, ein kleiner Gedanke. Es ist bei ihm, die Chesidische Seife als Teure. Es heißt, es ist einfach, dass du früher, man kann sagen, dass du mit Ruhs und Ghazal sind ähnliche Sachen. Aber so ist es dich gebot auf der Schittes der Kabula, auf der Derech der Kabula, was Rauf, Rauf Chesidische Seife, am Laufen in unsere Rebels. Und so ist es, wo ich es bedauere, dass ich hören, wenn sie einen Gang im Endeffekt weg, nicht alle, aber Rauf. Es ist da, dass du sagst, wieso man versteht ist, und wieso man lehnt ist, mit verschiedenen Unasaufsperichen, mit 7 Punkten mit der Teure. Aber wir können sagen, dass das ist der Mekar. Es ist nicht nur ein Mekar, es ist, wenn man lehnt es inneweinig, wenn man einen Schraubel zu lernen, was man meint. Aber wenn man lehnt es inneweinig, dann gewartet es dich, weil es einen Schwere zu verstehen, weil es einen geschrieben, weil es einen Geklur, oder einen Zifferen, aber wird er nicht gehalten, dass alles ganz klar ist. Man kann sehen, dass es nicht alles ist. Es ist eine S bliver, Wenn man sich in der Nähe zu machen, die Menschen mit dem Geld haben, die Leute an dem Gang, die Menschen mitmacht. Es ist ein Gehörig. Ich meine, dass man einen Gericht, wenn man keine Leih Nele macht, man kann sagen, dass man einen Gericht erinnert. Es ist einer der Erste, die Phobel. In der Nähe ist es ein ist eine S ça, wo man es auch lernen kann. Sie können auch da lernen, so ein untapped Potential in einem gewissen Sinn. Viele Menschen, das sind alle Menschen, das sind alle Kaine, das ist eben pushet, wenn man lernt Sachen, wenn man keuren, das ist echt klar. Daran kamen wir hier, wenn wir uns befallen, auf die andere Seite, das ist ein Beluschen-Kzure, weil wir nicht schaden uns damit, dass die Kzure. Und in der Kzure haben wir alles ein Kohl gewähnt als Sache Sachen, als Philosophen, als andere Spuren, weil wir mehrmals schreiben, »Bearich ist gut, das ist selbe Sache«. In der Kiddisch, in der Geli, das heißt, »de Chilik«, was man kann riefen, also wie echte Sifre im Mekar, das heißt Sachen, was Furen, was man darf lernen, das sind keine Sachen, das heißt ein Bekitzer, in einer gewissen Kitzel, das ist für ehrlich, das sind ein Kohlunaschieren-Junen, Unaschieren, wir kennen sich mit Spuren, von einer so viel anderen Perspektive, von einer so viel anderen Studie. Und das ist ein Sifre, das ist ein Sifre, das ist ein Sifre, und das ist ein Sifre. Und meine Leute sind mich die kommende Gedanken, als wir lernen, jede Woche, ob es ein Stickel soll, nämlich, ob es ein Stickel, das ist ein Jahr lang gesteckt, dann kann ich lernen bei ihm, ob ich ein bisschen riechen kann, ob es ein geringer Stickel, oder mehr mit 14-jähriger Stickel, und vieler andere. Und wir versuchen zu lernen, zu lernen, zu lernen, was man kann lernen. Nicht uns als die Hand ist eher über die Schuhe, wir versuchen zu lernen, ein bisschen die Stickel soll, was dreht sich wegen der Schuhe, dreht sich wegen der Schuhe, der Kies schäufe von der Schuhe, ups. Okay. 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 Okay.